Dass das Thema Energiewende ein wichtiges Thema sein wird, natürlich war nicht absehbar, was jetzt im Einzelnen diskutiert wird, aber die große Linie klar. Deswegen freuen wir uns auch, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hierher gefunden haben, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Politikbereich, möchte erwähnen, aus dem Deutschen Bundestag und auch aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin, möchte sie herzlich begrüßen. Wir haben viele, die aus Industrieverbänden kommen, aus gesellschaftlichen Verbänden, die alle mit der Energiewende zu tun haben, alte Verbände, die schon lange arbeiten, traditionelle Unternehmen, auch neu strukturierte Verbände. Es gibt da ja eine ganze Menge Bewegung, wissen Sie alle. Wir haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wissenschaft, von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen. Wir haben viele aus der Verwaltung und den Ministerien, die ja alle auch die Aufgabe haben, den staatlichen Teil, das, was der Staat in einer Marktwirtschaft beitragen kann, zu regeln, vorzustrukturieren, mitzusteuern. Auf der anderen Seite sind wir ja nicht in der Planwirtschaft, zum Glück. Deswegen ist es auch wichtig, dass alle die freien Spieler, sei es aus Industrie, sei es aus Verbänden, sei es aus Interessensgruppen, arbeiten an der Diskussion, wie es weitergehen soll. Wir selbst verstehen uns von Anfang an, und von Anfang ist jetzt seit 35 Jahren, wir sind jetzt 35 Jahre aktiv. Wir verstehen uns als unabhängiges wissenschaftliches Institut, das auch mit allen redet, das keine Politik macht, das aber der Politik und den anderen Stakeholdern viel an wissenschaftlicher Information zur Verfügung stellt, an wissenschaftlichen Untersuchungen, auch Diskussionsforen, bei denen es wichtig ist, dass man die verschiedenen Faktoren, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, dass die zusammenkommen können, das sehen Sie heute im Programm. Wir reden teilweise über die eher technischen Dinge, wie Speicher oder Netz, was ja im Anschein Technik ist, aber mehr dahinter steckt. Wir reden über ökonomische Dinge, weil nur über vernünftige Marktsteuerungsmechanismen wird die Energiewende zu schaffen sein. Aber wir müssen auch darüber reden, wie wir die Gesellschaft mitnehmen, die verschiedenen Einzelpersonen, die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Sie wissen, dass es einerseits Diskussionen gibt um Kosten, wer trägt wo die Kosten. Man bekommt nichts kostenlos, aber die Kostenfrage ist trotzdem sowohl für Unternehmen wie für Einzelpersonen eine wichtige Sache, darf aber nicht alles dominieren, weil für umsonst gibt es aus der Natur und aus den Vorräten, die wir haben, nichts. Also wir müssen auch einen gewissen Preis bezahlen. Wir müssen aber auch die Gesellschaft so steuerungsfähig halten, dass wir die Leute mitnehmen, die mit Speichereinrichtungen, mit Übertragungseinrichtungen, also alles Infrastruktur, die wir brauchen, dass die dort das auch akzeptieren können. Das heißt, wir brauchen auch Prozesse, bei denen in der Gesellschaft diskutiert wird, dass man bestimmte Dinge akzeptiert, unter welchen Bedingungen man die akzeptiert, wie Verbesserungsvorschläge reinkommen. Also da brauchen wir auch einen Umgang, der mehr Herausforderungen stellt als früher bei vielen Projekten. Auch das gehen wir an. Wir haben extra wegen dieser Themenfülle die Veranstaltung so aufgebaut, dass wir das im Wesentlichen in vier Panels und dann in einer Schlussveranstaltung machen, nachdem wir gemeinsam die Keynote hören. Ich hoffe, dass wir da sehr viel fruchtbare Diskussionen kriegen. Ich glaube und hoffe auch, dass aus der Veranstaltung auch ein Impetus Richtung Politik und Richtung verschiedener Stakeholder gehen kann und gehen muss, die Dinge wirklich anzupacken. Es ist einfach an der Zeit, dass wir nach einer gewissen Sortierungsphase, die jetzt zu sehen ist, dass dann die Dinge wirklich auch so angepackt werden, weil es geht auch darum, dass man Deutschland zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft entwickelt und das geht nur, wenn man die Belange, die dafür notwendig sind, sowohl für die Nachhaltigkeit wie für das Funktionieren der Industriegesellschaft zusammenbekommt. Und wir sehen unsere Rolle weiterhin darin, das Ganze mit wissenschaftlicher Expertise an vielen Stellen und für alle zugänglich zu unterstützen. Ich darf mich besonders bedanken bei der KfW, die uns als Kooperationspartner diese Veranstaltung ermöglicht hat, mit der wir diese Veranstaltung gemeinsam machen. Und ich denke, es ist auch ein wichtiges Bündnis auch da. Ja, es tun sich neue Felder der Kooperation in alle Richtungen auf. Wir sind ja nicht mehr im 20. Jahrhundert und in den Grabenkämpfen, die wir Ende des 20. Jahrhunderts erlebt haben. Wir müssen eigentlich im 21. Jahrhundert auch neue Linien und neue Zusammenarbeiten entwickeln. Und da sind wir dabei. Also vielen Dank nochmal an die KfW. Und ich übergebe an Herrn Dr. Zäuner von der KfW als Mitveranstalter. Vielen Dank.